Schönen guten Tag allerseits, heute gibt es wieder einen kleinen Stream und zwar fangen wir heute um 18 Uhr, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, mit The Outer Worlds an. Später gehen wir dann rüber zu WoW, ich weiß noch nicht genau wann, aber irgendwann später, wahrscheinlich so zwei Stunden später oder so, werden wir rüber zu WoW, dem Classic No Death Run rüber springen. Aber zuerst mal fangen wir mit The Outer Worlds an, also wenn ihr nachher gerne dabei sein wollt, heute um 18 Uhr fangen wir an, bis nachher, ich freue mich auf euch.